Die fünfte Edition von Vampire, die Maskerade soll moderner, schneller und düsterer sein als alle vorangegangenen Editionen. Aber ein großes Problem gibt es dennoch. Locke, wie schaut es aus? Hast du Lust auf eine Runde V5? Ja, na klar, ich habe das Grundregelwerk da. Welchen Clan willst du denn spielen? La Sombra? Ist nicht im Grundregelwerk enthalten. Raphnos? Auch nicht. Priesterschaft? Nein. Hekater? Nope. Und genau diese Limitierung hemmen einfach den Erfolg der fünften Edition von Vampire massiv. Die Vorgängeredition, die V20, die Lebensedition, hatte alle Clans in einem Buch. Wir waren also verwöhnt. Jetzt, und das ist mir schon auch klar, sind auch neben dem Grundregelwerk auf Deutsch und teilweise aber auch nur exklusiv auf Englisch bisher, weitere Clans dazugekommen. Aber das ist sehr fragmentiert. Und ja, es gab natürlich auch das V5-Kompendium. Da waren drei Clans gebündelt drin. Mit den Raphnos, den Chimisken und den Salubri. Die Salubri-Locke. Ja, darauf haben wir natürlich alle gewartet. Dennoch fehlte einfach neben dem Grundregelwerk ein zentrales Werk, mit dem man wirklich zusammen mit dem Grundregelwerk dann den Überblick über alle Clans hatte. Und deswegen verstehe ich dieses Video hier auch gar nicht als objektives, strenges Review, sondern eher als eine Bestandsaufnahme. Denn es ist total super, dass jetzt das Spielerhandbuch da ist, damit die V5 eine vollständige, runde Edition werden kann. Schauen wir ins Buch rein. Das Cover gefällt mir richtig, richtig gut. Blutverschmierte Kehle. Das Ganze sowieso in Blutrot gehaltene Cover. Das ist natürlich Vampire, so wie es gehört. Im Hintergrund schimmert der Amüsierbetrieb einer Großstadt durch. Das ist ein richtiges Cover. So und nicht anders sollten Vampire-Cover aussehen. In meinem letzten Video zum letzten Tanz bei Renault. Da habe ich geschimpft. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da war keine Illustration dabei. Ich stehe auf Illustrationen. Damit kann ich mehr als nur leben. Das ist ein richtig cooles Cover. Gefällt mir gut. Schauen wir mal ins Inhaltsverzeichnis rein. Da wird es ja dann auch quasi das erste Mal richtig spannend. Das Buch im Ganzen werde ich nicht durchscrollen. Ich glaube, da kriege ich rechte Probleme. Aber zumindest mal mit euch das Inhaltsverzeichnis durchgehen, um zu gucken, was steht drin. Das ist ja quasi durchaus das, was man in der Rezession machen möchte. Das Buch beginnt in alter Tradition mit einer sehr, sehr kurzen Eröffnungsgeschichte. Das hätte durchaus auch länger ausfallen dürfen. Das gefällt mir eigentlich bei allen alten World of Darkness-Büchern richtig, richtig gut. Wenn man da eine Kurzgeschichte präsentiert bekommt. Das darf in Zukunft auch ausführlicher ausfallen. Das nächste, was hier wirklich zentral wichtig ist, ist der Klosar der Untoten. Das ist so die Vampire-Terminologie für Einsteiger. Da kriegt man die wichtigsten Begriffe an die Hand. Das heißt, wenn man wirklich mit seiner Runde zum ersten Mal spielt, kann man in-game quasi schon einige zentrale Begriffe gut benutzen. Das ist hier sehr kompakt dargestellt. Total sinnvoll. Und gehört genau auch dahin, wo sie im Buch steht. Nämlich genau an den Anfang. Dann kommt das große Kapitel Clans. Das ist wahrscheinlich der zentrale Grund, sich dieses Buch zu kaufen. Das ist definitiv nicht der einzigste Grund, hoffentlich. Das ist der zentrale Grund. Alle Clans, die im Grundregelwerk nicht enthalten waren, sind hier drin. Das sind die Banu Hakim, die Priesterschaft, die Hekata, La Sombra, Ravnos, Salubri und die Dschimiske. Und jedes Kapitel beginnt mit einer recht knappen Einführung. Wer ist eigentlich dieser Clan? Was sind das für Vampire? Dann eben, welche Disziplinen sie haben. Was wie ihr Fluch ausschaut. Ein paar Archetypen und die Zwänge beschrieben. Und ganz am Anfang vom Kapitel ist eine Übersicht über alle Clans. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Das ist sehr schön. Auch tabellarisch dargestellt. Ein hübsches Layout. Auch da ist das Auge natürlich mit. Und da kann man sich durchaus, wenn man das Buch mal durchgeschmökert hat, sehr kompakt einen Überblick holen und sich inspirieren lassen. Das ist richtig stark. Natürlich sind diese Archetypen hier am Ende. Das ist hilfreich. Das ist nicht so ausführlich, wie das in Wissen der Clans für die V20 gelöst war. Aber es ist da. Es ist ein sehr hilfreiches Material. Gut, dann kommen Clan-Fluchvarianten. Wenn man mal was anders haben will, dann wird man hier durchaus glücklich. Auf knapp fünf Seiten kriegt man da knackig ein paar Alternativen. Dann kommt das Kapitel Charaktere. Auch das beginnt mit einer sehr, sehr guten Übersicht über alle Eigenschaften. Und all das, was so auf dem Charakterblatt draufsteht, in sehr, sehr knapper, komprimierter Form, bekommt man da Erklärungen. Dann kommt Material für Spieler. Wirklich sinnvoll ist hier diese Schnellerschaffung für Charaktere. Das gefällt mir ganz gut. Dann gibt es hier nochmal ein bisschen neues Futter für Disziplinen. Ein bisschen neues Material zum Jagdverhalten. Hintergründe. All das, was den Charakter über das Grundregelwerk hinaus noch lebhafter. Ja, lebhafter, haha, bei einem Vampir-Mordspiel beabsichtigt, erscheinen lässt. So, dann kommt das Kapitel Ausgestoßene. Da geht es um Kai-Tiff, Dünnblütige, Ghoule und Sterbliche. Das ist, ja, gar nicht so, gar nicht so kurzes Kapitel. Und darf da durchaus auch so komprimiert drin sein. Sehr gut gefällt mir, warum sollte man eigentlich einen Sterblichen spielen? Da sind so ein paar gute Ideen, ein paar schöne Motivationen auch drin, mit der man vielleicht nicht als Spieler, aber zumindest als Storyteller dann auch seiner Gruppe mal die ein oder andere Idee an die Hand geben kann. Möchtest du nicht einen Dünnblütigen spielen, kann eine ziemlich coole Story werden. So in der Art. Oder auch mal einen Sterblichen oder einen Ghoul. Es muss ja nicht immer Superhelden sein, die man da spielt. Wie sagt man, Superhelden mit Fangzähnen. Denn es darf ja auch mal was, ja, weniger Power-Creepiges sein. Und ein Mensch zu spielen, das mag durchaus spannend sein, auch im Ghoul. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass man da völlig willenlos ist. Man hat da ja auch eigene Ziele. Naja, man ist im Halbdunkel. So sagt es ja schön, das schöne Einstiegskapitel. Ja, das ist spannend. Und dann kommt tatsächlich mein Lieblingskapitel in diesem Buch. Das Kapitel zu Klüngeln. Das ist etwas, bei dem ich immer wieder als Storyteller, wenn ich mit neuen Spielern zusammensitze, merke, was so ein bisschen schwierig ist. Da hat dann jeder so eine Vorstellung, wie soll die eigene Figur sein. Die Frage, die dann immer im Raum steht, ist, warum sollte ein Klüngel zusammenarbeiten? Sind das Freunde? Das ist natürlich bei Vampiren eher selten der Fall. Und man kriegt hier auch erstmal wieder eine sehr, sehr schön gelayoutete Übersicht über Arten an Klüngeln. Und dann werden die auch sehr ausführlich einzeln durchdekliniert. Da gibt es natürlich noch ein paar Regeln für Klüngel. Sowas habe ich in meinem Spiel persönlich nicht. Aber wer sich an sowas orientieren will, kriegt da auch neues Futter. Und dann eine schöne Übersicht, wie Klüngel von den einzelnen Clans und ihren Mitgliedern gesehen werden. Und was ein Klüngel für einen Vampir eines bestimmten Clans bedeutet. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also dieses Kapitel kommt mit über 40 Seiten ins Ziel. Aber ist meiner Meinung nach auch neben den Clans auch wirklich das Stärkste, was in diesem Buch steht. Super. Dann kommt das Kapitel Chroniken. Hier sind enthalten Übersichten im Prinzip, wie man Vampire spielen kann. Natürlich klassisch mit einer Gruppe am Tisch oder auch online. Aber es gibt eben auch viele andere Wege, wie man Spaß mit Vampire haben kann. Und das ist hier in einer schönen Übersicht. Das richtet sich sicherlich an Einsteiger. Ist aber eigentlich eine sehr, sehr kurzweilige Lektüre. Also interessant ist das Einzelspiel, dass wenn ein Spieler mit einem Storyteller zusammenspielt, sehr intensives Erlebnis kann man mal machen. Dafür gibt es hier so ein paar Informationen. Es gibt auch Informationen zum Thema Solo-Rollenspiel. Also wenn man keine Mitspieler und keinen Storyteller zur Hand hat, kann man sich auch alleine behelfen. Wie man online spielen kann, bis hin zu TikTok. Das sind natürlich für Junggebliebene wie mich genau die richtigen Spielformen. Aber es gibt hier eben eine schöne Übersicht über all das. Dann gibt es eben noch sehr, sehr gutes Material. Insbesondere das Unterkapitel zu Anker hat mir gut gefallen. Im Prinzip alles, wie man nochmal ein bisschen Tiefgang ins Spiel bekommen kann. Ratschläge für Rücksichtnahme im Spiel. Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man da für eine Session Zero sich inspirieren lässt. Und kurz vor der Ziellinie kommt dieses Buch ja noch mit dem Unterkapitel vorgefertigte Antagonisten daher. Und das ist etwas, das ist total toll, dass das hier auch noch enthalten ist. Insbesondere die Gule der Cemiske und Wiedergänger werden da thematisiert. Dann kommt eben noch der Index. Und dann sind wir im Prinzip auch mit diesem Buch durch. Ja, soweit der Blick ins Buch. Ein Wort vielleicht noch zu den Illustrationen. Ich stehe bei Vampire Büchern auf die Abbildungen. Ich habe schlimm geschimpft bei meinem letzten Video zum letzten Tanz bei Renault. Das hat überhaupt keine Abbildung gehabt. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Nicht mal ein richtiges Cover hatte das Buch. Und das ist hier wesentlich besser. Also das Cover ist richtig stark. Und auch im Buch sind wirklich sehr, sehr gelungene Abbildungen drin. Das freut mich richtig. Nicht vernachvollziehen kann ich allerdings die Tatsache, dass sie das Cover vom V5 Compendium nochmal als Abbildung hier im Buch verwertet haben. Das ist ein bisschen arg knauserig. Also da hätten sie durchaus auch nochmal eine neue Abbildung erstellen dürfen. Aber sei es drum. Also insgesamt, der Look passt. Das Buch ist eine runde Sache. Jeder, der V5 spielt, sollte das haben. Es kostet insgesamt 50 Euro als physisches Buch. Das physische Buch lag mir auch leider noch nicht vor. Ich habe dieses Video aufgenommen zu einem Stand. Da gibt es nur das PDF über den Collectors Club. Das ist also noch nicht veröffentlicht. Ich kann also nichts sagen zur Papierqualität oder insgesamt zur Qualität des Buches. Da ich aber grundsätzlich eh PDFs bevorzuge vor dem physischen Buch. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Link oben in der Beschreibung. Da ist diese Diskussion ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Ich weiß, mit dem Jägerbuch, das war wohl ein bisschen problematisch. Wenn es hier dramatische Probleme geben sollte, dann würde ich das beispielsweise auch auf meinem Discord-Server, Link dazu unten auch in der Beschreibung, nochmal thematisieren oder vielleicht ein Shorts oder sowas machen. Aber ansonsten gehe ich jetzt mal davon aus, dass da noch ein anständiges physisches Buch bei rumkommt. Und dann kann man da mit der V5 so richtig spielen. Man kann den Spielern ein sehr kompaktes Werk in die Hand geben, wo viel gebündelt drin ist. In Kombination mit dem Grundregelwerk ist das eine tolle Einheit, mit der man spannende Vampirgeschichten erzählen kann. Also das, worauf es am Ende vom Tag hinauslaufen sollte. Wie gefällt euch das Buch? Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Seid ihr auf deutsche Bücher überhaupt angewiesen oder habt ihr vielleicht schon seit ewig und drei Tagen die englische Ausgabe? Auch das würde mich interessieren. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ansonsten schaut gerne immer mal wieder auf dem Kanal rein. Am besten natürlich mit Abonnement. Kostet nichts und macht Locke glücklich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.